Ja hallo, mein Name ist Wolfgang von fotodala.com. Herzlich willkommen und danke für euer Interesse bei meinem neuen Photoshop-Projekt. Ja, die Idee zu diesem Projekt ist eigentlich eine traurige, aber letztendlich war ich mit meiner Frau in einem Gasthaus, habe gesehen, wie ein Vater mit seinem Kindertod aß. Die Kinder himmelten den Vater regelmäßig an und suchten nach Aufmerksamkeit. Der Vater war damit beschäftigt, seine Mails zu checken, WhatsApp zu checken. Auf jeden Fall, die Kinder haben nur eine Frucht von der Rückseite seines Handys zu Gesicht bekommen. Dies veranlasste mich zu der Idee, dieses Foto, das ich heute oder durch das ich euch heute führe zu produzieren. Viel Spaß dabei und vielleicht bringt es den ein oder anderen zum Nachdenken. Das war's, liebe Erstate Mattei complet. Das war's, liebe voice von Foto. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.